Hoi zusammen und willkommen zurück zu meinem Channel BugsBennett. Wir haben heute einen speziellen Gast, nämlich den Oleg Cerepano. Wo bin ich? Du bist bei mir im Studio, Bro. Wo bin ich, Oleg? Was glaubt man? Gut. Der Oleg... Wer war? Ich kenne den Oleg schon seit sieben Jahren. Er macht auch sehr gerne Filme oder ist gerne dabei als Schauspieler. Vielleicht kennt ihr ihn auch von den letzten Videos, die ich gepostet habe. Du machst auch Calisthenics, oder? Ja, genau. Wie lange machst du das jetzt schon? Street Workout im Bereich Calisthenics mache ich das seit 6 Monaten. Oh, was? Pizza. Oh, merci. Kommt auch zum Bene. Decken wir mal die Pizzaschachtel auf die Seite. Du hast jetzt auch genug gegessen. Oleg hat mich dazu inspiriert, ein Motivationsvideo zu machen. Nämlich über Calisthenics. Und das Video werden wir euch jetzt zeigen. Wir sind auch gleich wieder in der neuen Montage auf den nächsten Mal, Wie geht's nun? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020